Hi, ihr seid bei Angie, ihr seid bei Kaus Kanz, ja, und ich habe euch was zu erzählen, denn wir werden uns, wenn ihr wollt, sechsmal auf dem Neue Presse Rendezvous sehen. Neue Presse kennt ihr ja, Zeitung Hannover, ja, und heute war schon die Ankündigung vom Neue Presse Rendezvous. Also ich bin jetzt sechsmal, sechs Sonntage für euch da, immer zwischen 13 und 13.30 Uhr, und dann könnt ihr mit mir live Sport machen, ja. Mein Thema ist Best Age Fitness und wenn ihr euch fragt, was heißt das? Ja, Best heißt ja das Beste, Age steht für Englisch Alter und Fitness, ja, für körperliche Ertüchtigung und das ergibt dann mein Training und das habe ich sogar bei mir auf der Wand. Tada! Angie macht also Best Age Fitness mit euch und ich freue mich über jeden, der kommt und packt alle ein, also ich freue mich und, ja, letztes Jahr war es schon cool und ich bin sicher, dieses Jahr wird es noch besser. Also ich freue mich, bis dinner, tschüss! Und dann geht's! 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 Und dann geht's!